Was ist das Thema Data Vault und Information Design? Und man sieht jetzt hier über die ganze Wand hinweg, wie quasi das Thema Data Vault unten ist und obendrauf das Thema Information Design aufbaut und das natürlich hier ein bisschen stilisiert in dem Herzchen zusammengeführt ist. Und schön sieht man hier zum Beispiel an der Wand die Notationskonzepte aus dem Data Vault. Wir haben die Hublink Satellites und hier oben die Notationskonzepte aus dem Information Design mit den Grafiken, zum Beispiel Tree Map hier oben in der Ecke und auch hier die Balkendiagramme. Und das bringt das Graphical Recording jetzt alles zusammen auf einer Wand im gesamten Vortrag. Vielen Dank.